Die Welt um uns herum verändert sich rasant. Auf der einen Seite Manipulation, Willkür, Lüge, auf der anderen Seite Angst, Furcht, Unsicherheit. Viele Christen fragen sich, ist das alles, was wir momentan zu erwarten haben? Gibt es eine positive Botschaft? Gibt es einen Ausblick? Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Auf was bewegen wir uns zu? Ich habe dazu ein Buch geschrieben, gerade jetzt ganz frisch erschienen, Erschütterung, Erweckung, Ernte. Und ich habe dazu zahlreiche prophetische Worte aus der ganzen Welt gesammelt, die darüber sprechen, in was wir jetzt gerade hineingehen. Und das ist absolut spannend. Und es ist absolut anders als das, was du in den Nachrichten oder auch in den Social Media so finden magst. Es ist etwas, von dem wir glauben, dass Gott in unsere Situation spricht. Und wir wissen als Kinder Gottes, das ist das, was wir eigentlich brauchen. Der Titel mit den drei Begriffen, Erschütterung, Erweckung, Ernte, bringt es genau auf den Punkt. Das ist das, was wir erwarten, in das wir jetzt hineingehen. Ein herausforderndes Buch für eine herausfordernde Zeit, aber auch ein hoffnungsvolles Buch, ein mutmachendes Buch und ein Buch, was den Blick ganz auf unseren Herrn und Retter gerichtet hat. Ich lade dich ein, einen hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft zu machen, auf das, was der Herr für uns vorbereitet hat. Denn eins ist wahr, Gott hat viel mehr für uns.